Ah, kenn ich. Habe ich gesehen. Ah, oh, X-Tileys. Ah, scheiße. Hallo, dürfen wir mit Ihnen über Gott und die Welt sprechen? Ah, Leute, gut, dass ihr hier seid. Könnt ihr mir gleich mal den Schauf vom Rücken waschen. Gut, dass ihr hier seid. Der Tisch ist gedeckt. Bleibt doch zum Abendessen. Kommt rein. Über Gott reden? Gerne. Schatz, lass die Hunde los. Über Gott reden. Es kostet aber extra. Aber jetzt kommt erst mal rein und es ist. Was? Über Gott sprechen? Gebt mir erst mal fünf Lügelschützen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt kann er reinkommen. Nein, ich habe keine Lust mit Ihnen über Gott zu sprechen. Aber ich kann Sie gerne auf direkt den Weg dort hinschicken. Das war nur ein paar von vielen Möglichkeiten, wie man lästiger Religionsvertreter an der Tür wieder los wird. Falls euch noch welche einfallen, in die Comments damit. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns hier unten abonnieren und einen Daumen nach oben geben. Ja, und hier drüben geht es zu unseren letzten beiden Videos, dem Affenselfie und dem tollen neuen Nerds Choice Mikrofon. Unmittelbar anschauen. Bis zum nächsten Mal bei Nerds Choice.